So, einfach reine Deagel-Klasse. Wir machen jetzt ein Deagel-Kill-Duell, aber das wird kein Problem werden. Ich habe die aber noch nie gespielt, aber trotzdem kein Problem. Okay, okay, also Deagel-Kill-Duell, wir suchen jetzt mehr Spieler. Bitte Shipman, Shipman wird gut. Guck mal, wie ich jetzt die auseinandernehme. Nur Deagel, nur Deagel. Wo bist du? Der Bastard wollte mich neifen. Der wollte mich neifen, Alter, was für ein Wichser. Der Garth, ich gebe Hitmarker nur, scheiße. Man muss echt Geordnet geben. Das ist schwer. Ja? Ja. Ja, drei Kills. Deagel, ich treffe einfach gar keinen Schuss, Alter. Ja, ich habe vier Kills. Jetzt, jetzt sehen wir, wer das heißt. Fick dich, Wichse. Ich fick dich jetzt nicht. Ich werde auch nicht spawnen, Alter, was soll das? Deagel, ich kann einfach nix machen. Collateral. Oha, drei Kills. Ich schieße auf Kopf und der macht nicht one shot, was soll das? Also spawns sind halt echt so scheiße, random. Deagel, die sind schussgelaufen. Deagel, wie, denn ich kann absolut nix machen, Alter. Ja, ich habe Prezi. Ich sterbe durch tausend Granaten, Digger, es ist so viel los. Digger, viel Spawn. Also komm, aber die Spawns können doch trotzdem... Ich weiß, es ist schwer, aber die Spawns können doch trotzdem flippen. Oha, dreifacher Abschluss oder vierfacher Abschluss habe ich gemacht. Granate. Ja, Clusterschlag. Das war Hellstorm und er hat nur mich geholt. Also es gibt Leute, die campen tatsächlich auf einer Map, die ein paar Meter groß ist. Und immer diese Granaten. Ey. Digger, was spielen sie so komische Waffen? Ach. Digger, aber... 19, Alter. Wie kann man denn bitte hier campen? Und auf der Map? Voll scheiß Map, Alter. Scheiß Modus, scheiß Waffe. 30, 19. Okay, du hast doch die Möglichkeit, das auszugleichen. Eine Runde nur. Ich habe die meisten Tote von allen. 50, Digger. Ich habe die meisten Tote von allen. 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 Was?! Ach du Scheiße! Kein Wunder, dass ich negativ bin. Kennst du den Map gut? Ja. Ich hab den noch nie gespielt. So, nächste Runde in Diegel. Ich hab den noch nie gespielt. Ist ein ganz kleines Map. Ja, das war Glück. Hab ich doch zugesehen. Das war volle Prezi, ne? Digga, der ist mir, der ist mir. Nein! Jawoll. Oh ja. Boah, Diegel ist nicht so gut im Spiel. Ja, ich hab einfach Prezi. Ich kann mal aufs Haus. Ich kann mal oben rein. Digga, der campen oben im Haus. Der hat auf dem Grund das Spiel scheiß, weil sie einfach campen. Campen kann man in jedem Spiel. Digga, ich hab immer noch zwei Küsse. Ich glaub, spielen sie. Oha, der Headshot. Ich find die einfach nicht. Klar. Nope, nope, nope. Ich rede über Prezi. Ich trebe einfach tausend Schüsse nicht. Ja, früher, dieses Mal hast du es voll gut gemacht. Es campt jeder hier. Digga, ich hab so ne gute Prezi. Ich bin erster. Nope. Keiner snipe. Alle hier, alle hier. Ja, klar. Die Spawns sind so seltsam in dem Spiel. Digga, der campt, alter. Der duckt sich, kommt hier hin, alter. Was ist los bei dir? Ich hab ihn. Okay, komm, komm. Da ist einer, da ist einer. Ja, ich bin mit Totenstille so scheiße schnell. Ich hab Streaks. Ich hab Streaks. Du hast Totenstille damit? Ja, Totenstille, da läuft man schneller. Ich hab gleich alle Streaks. Und nur noch drei Schuss. Und ich brauch drei Kills. Wie kann man hier campen? Wie viel ist das so? Keine Ahnung, mir fehlen zwei Kills, dann hab ich alle Streaks. 19, ja. Du hast 19, ich hab 11. Ey, ich hab auch gleich, aber Streaks dürfen wir doch nicht benutzen. Was soll das? Ja, komm, Digga. Ich hab keine Muni mehr. Ich bin tot. Egal. Oha, 14. Okay, okay, fünf Kills. Das sind alles Kaffee-Spieler, man merkt, Digga. Die springen beim Schießen. Komm, jetzt mach ich den letzten Kill. Komm, bitte geht das noch. Bitte, 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 bitte. Ich mach den letzten Kill. Okay, Digga, aber ich hab voll Bock gemacht. 15, 20 war knapp. 22. Das hat doch irgendwie Bock gemacht. Du hast grad Kills gemacht, Wichse. Nein, ich hab, ich hab... Was führt? Ich hab keinen einzigen Kill-Streak-Kill gemacht. Echt? Ja, aber ich muss sagen, es hat voll Bock gemacht mit der Digga. Digga ist nicht so heftig wie früher. Früher hat das auf Kopf One-Shot-Mobil, jetzt macht das nicht One-Shot. Egal. Also, ein Kill-Duel hast du gewonnen, eins hab ich gewonnen. Wir sind quitt, würd ich sagen. Nein, du steckst die. Ja, okay. Okay, das sind also Letzt-Worte. Haut rein.